Unser Kampf geht bis zum letzten Mann, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Tropfen Blut. Das schwören türkische Nationalisten, die sogenannten Grauen Wölfe. Nicht irgendwo in der Türkei, sondern mitten in Deutschland. Oberhausen Ende April. 10.000 Graue Wölfe bejubeln Devlet Baceli, den Vorsitzenden der ultrarechten türkischen Partei MHP. Sie nennen ihn Führer. Es ist eine faschistische Großveranstaltung. Baceli putscht seine Anhänger auf. Ihr habt eure türkische Identität nicht aufgegeben. Ich bin stolz auf euch. Wolfs Gruß und die ehemalige Kriegsflagge des Osmanischen Reiches. Das sind ihre Symbole, sagt Marwan Abou Tham, Islam-Experte vom LKA Rheinland-Pfalz. Wenn man sich mit den Grauen Wölfen beschäftigt, so handelt es sich um eine türkische rechtsradikale Organisation, die für sich beansprucht, ein Großtürkei aufzubauen. Dort sollen alle Türk-Völker vereint werden unter der Führung der heutigen Türkei. Diese Organisation ist rechtsorientiert, faschistisch orientiert. Bei der öffentlichen Veranstaltung in Oberhausen ist Frontal 21 unerwünscht. Ein Parteifunktionär erteilt Redeverbot. Kein Kommentar an die Presse. Die sollen mit der Parteizentrale reden. Das versuchen wir, werden aber abgewiesen. Organisiert sind die Grauen Wölfe in vielen kleinen Vereinen. Dachverband ist die Türk-Federation mit ca. 160 Vereinen. Daneben gibt es noch die Union der türkisch-islamischen Kulturvereine, ATIB, mit rund 123 Vereinen. Und den Verband der türkischen Kulturvereine, ATB, mit ca. 20 Vereinen. Rund 18.500 Mitglieder. Mindestens 20.000 Anhänger kommen hinzu, sagen Verfassungsschützer. Der Historiker und Bundestagsreferent der Linken, Nikolaus Brauns, beschäftigt sich seit Jahren mit den Grauen Wölfen. Wir sehen zum einen hier wirklich die biederen Funktionäre, in Elternvereinen, in Arbeitnehmervereinen tätig sind. Aber wir haben eben neben solchen, wo ich jetzt mal sagen würde, Wölfen im Schafspelz, auch noch eine andere, noch viel gefährlichere Spielart, die sich daneben entwickelt. Und das ist eben eine regelrechte Jugendkultur. Mehmet war Mitglied der Grauen Wölfe. Mit 18 Jahren wird er Jugendsprecher. Inzwischen ist er ausgestiegen, will anonym bleiben. Seine Radikalisierung war ein schleichender Prozess. Alles Deutsche war für uns schlecht. Es war eine Art Gehirnwäsche, die wir da bekommen haben. Man bekam Bücher, musste auf Veranstaltungen. Man war in einem geschlossenen Kreis. Wir haben auch Kampfausbildungen bekommen. Taekwondo, Karate, Kickboxen. Wir waren eine Art Schläger-Trupp. Die Grauen Wölfe hetzen gegen Andersdenkende, gehen brutal gegen sie vor. Und das schon seit Jahrzehnten. So 1984 in Berlin. Ein Mitglied der Grauen Wölfe überfällt dieses Kreuzberger Beratungszentrum für türkische Frauen. Die Anwältin Seran Ates ist gerade im Gespräch mit ihrer Mandantin Fatma E., als sie den Attentäter bemerkt. So irgendwann nach fünf bis zehn Minuten kam eine Stimme von hinten, ein Mann, der rein wollte. Und meine Kolleginnen, zwei Kolleginnen standen in der Tür. Die versucht haben, ihm zu erklären, dass das eine Beratungsstelle für Frauen ist, dass er bitte vor die Tür treten soll. Ja, und der Mann hat dann gesagt, das, was er will, das geht ganz schnell. Und dann hat er eine Pistole rausgezogen und auf uns geschossen. Die Mandantin Fatma E. stirbt, Seran Ates überlebt, schwer verletzt. Berlin 2007. Graue Wölfe überfallen eine Demonstration von Kurden. Ihre Gewalt richtet sich auch immer wieder gegen Aleviten, Armenier und Juden. Januar 2013, Paris. Drei kurdische Politikerinnen werden erschossen. Ihr Mörder, Ömer G., ist ein grauer Wolf aus Deutschland. Trotz des rechten Terrors werden die türkischen Nationalisten kaum wahrgenommen. Spätestens seit 1996 gibt es die Devise, dass man sich versucht, demokratisch darzustellen. Und vor allem, man versucht, über die institutionelle Besetzung von Positionen die eigenen Ideen durchzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die grauen Wölfe wenig in den Fokus der Medien stehen und damit die Information darüber in der Bevölkerung relativ niedrig ist. So tarnen sich graue Wölfe oft hinter scheinbar harmlosen Vereinsstrukturen, wie beim türkischen Arbeitnehmerverein in Friedrichshafen. Nach außen wirkt das bieder. Im Inneren geht es um radikalen Nationalismus und um das Türkentum. Wie hier mit Verherrlichung des Ersten Weltkrieges. Verfassungsschützer stufen den Verein seit Jahren als rechtsradikal ein. Damit konfrontieren wir den Vorsitzenden. Wie kommen Sie da drauf, dass graue Wölfe rechtsradikale sind? Sie können in jede andere Einrichtung von türkischen Einrichtungen reingehen. Da finden Sie auch von allen Bereichen Menschen oder Jugendliche. Die Stadt Friedrichshafen unterstützt den Verein sogar finanziell. Der Oberbürgermeister erklärt uns, man wisse, der Verein stehe den grauen Wölfen nahe, verboten sei er aber nicht. Und weiter, Zitat. Man werde deshalb auch den Verein nicht aus der Förderung ausschließen. Friedrichshafen ist da mit Sicherheit kein Einzelfall. Es ist auch wieder diese Ignoranz. Man schaut nicht wirklich, was wird in so einem Verein tatsächlich getrieben. Was sind das für Leute? Man will sich mit denen nicht anlegen. Das ist die Strategie der grauen Wölfe, erklärt uns Mehmet. So wollen sie die Volksparteien unterwandern. Man will in die Parteien rein hier in Deutschland. Und man unterstützt Leute, um in entsprechende Positionen zu kommen. So wollen die Einfluss bekommen auf Ausländerpolitik und auf die Politik gegenüber der Türkei. Beispiel CDU in Nordrhein-Westfalen. Wir treffen Zafat Topak. Er ist 2001 in die CDU eingetreten, sitzt im Integrationsrat der Stadt Hamm und bekennt sich offen zur Ideologie der grauen Wölfe. Das habe er nie verschwiegen. Jetzt will die CDU ihn ausschließen. Also in der CDU gibt es jede Menge Sympathisanten oder Mitglieder dieser Organisation. Vermuten Sie das oder wissen Sie das genau? Ich weiß das ganz genau. Weil man ja mit diesen Menschen immer was zu tun hat. Wenn man nur mich aus der CDU ausschließt, dann müsste man all diese ganzen CDU-Mitglieder auch aus der Partei ausschließen. Aber die braucht man ja sozusagen als Stimmenbringer. Beim CDU-Kreisverband Hamm will man nichts von anderen grauen Wölfen in der CDU wissen. Kein Interview. Begründung, das Parteiausschlussverfahren laufe noch. Doch nicht nur die CDU kämpft mit den grauen Wölfen. Beispiel Hamburg. Die Vorsitzende der türkischen Gemeinde, Nebahat Güçlü, kandidiert für die Grünen bei der Senatswahl. Ausgerechnet bei einer Veranstaltung der Türk-Federation, der Dachorganisation der grauen Wölfe, wird sie um Stimmen. Die Grünen distanzieren sich von ihr. Güçlü tritt schließlich aus der Partei aus. Zuletzt stehen die grauen Wölfe öffentlichkeitswirksam im Januar 2015 am Brandenburger Tor. Es ist die Mahnwache für die Opfer des Terroranschlags von Paris. Mitveranstalter ist der Kulturverein ATIP, ein Verband der grauen Wölfe. Deutsche Spitzenpolitiker gemeinsam auf dem Podium mit Ultranationalisten. Pure Ironie für Mehmet. Er weiß, wie sich graue Wölfe religiös immer mehr radikalisierten, mit Kampfausbildung und Koranunterricht. Ich wurde verpflichtet zu beten. Meine Eltern sind Atheisten. Ich hatte vorher nie etwas mit Religion zu tun. Mitglieder des Moscheevereins waren auch Mitglieder der grauen Wölfe. Der Imam der Moschee war der Vorsitzende. Auch in Internetvideos werden graue Wölfe immer aggressiver, immer fanatischer um Jugendliche. Für die Behörden eine beunruhigende Entwicklung. Das Spannende bei den grauen Wölfen ist, dass sie tatsächlich eine volksstämmige Ideologie, das heißt eine nationalistische Ideologie, sehr stark verbinden mit einer religiösen Komponente. Und über diese Perspektiven kann es durchaus dann sehr schnell passieren, dass hier zu eindeutigen Verlinkungen kommen kann zwischen islamistisch-radikalen Organisationen und einzelnen Personen innerhalb der Bewegung der grauen Wölfe, was wiederum natürlich halt besonders gefährlich ist, was man in Dingslagen durchaus sehen konnte. Von hier aus Dinslaken kommen über 20 junge Männer, die als Gotteskrieger des islamischen Staates nach Syrien gezogen sind. Mehrere stammen aus dem Umfeld der grauen Wölfe. Dinslaken 2014 auf dem Marktplatz feiern die grauen Wölfe mit Folklore und Gebeten, erinnern öffentlich an glorreiche Heldentaten des Osmanischen Reiches. Einige dieser jungen Salafisten, so die Recherchen von Frontal21, sind in den Jugendverbänden der grauen Wölfe radikalisiert worden. Heute posieren sie im Internet mit den abgeschlagenen Köpfen ihrer Gegner. Man kann über die grauen Wölfe in den Islamismus rüberschwappen. Die Tatsache, dass die öffentliche Debatte in Bezug auf Salafismus groß ist, aber man die grauen Wölfe nicht fokussiert hat, sorgt dafür, dass die grauen Wölfe natürlich viel intensiver, arbeiten können und eine viel größere Reichweite haben. Türkische Faschisten in Deutschland. Eine unterschätzte Gefahr.